Die Uhr ist eine Kooperation zwischen Alexander Schorukow und Flom89. Muss jetzt jeder YouTuber, jeder Creator eine eigene Uhr rausbringen? Jetzt schauen wir aber erst einmal, was bei dieser Kooperation rausgekommen ist. Hallo und willkommen bei Watchmax's Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Heute gibt es ein Video mit geliehenen Bildern. Florian von Flom89 Watches and More hat eine Uhr rausgebracht, beziehungsweise war zumindest maßgeblich daran beteiligt. Die Uhr ist eine Kooperation zwischen Alexander Schorukow und Flom89. Und herausgekommen ist eine typische Schorukow mit ein paar speziellen Akzenten, wie ich finde. Viele werden sich jetzt natürlich oder vielleicht oder vielleicht auch nicht fragen, muss jetzt jeder YouTuber, jeder Creator eine eigene Uhr rausbringen? Ich habe dazu eine Meinung und die werde ich euch am Ende des Videos natürlich auch sagen. Was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, wo ich die Uhr gesehen habe. Wie kommt man auf ein solches Design? Was muss man tun, um das tatsächlich vom Papier auf die Uhr zu bringen? Wo kommen die Ideen her? Und dazu hat Florian in seinem Video etwas gesagt. Ich habe es ein bisschen zusammengeschnitten und möchte euch hier kurz nochmal einspielen, was Florian gesagt hat, wie er auf die Idee gekommen ist. Was ist die Idee hinter der Uhr? Woran können wir uns inspirieren? Und da ich sehr, sehr großer Fan des Künstlers Hundertwasser und seiner Architektur bin, haben wir gesagt, wir legen das zugrunde und interpretieren dies im afghanistischen Stil in Form unserer Uhr Home neu. Ja, ich fand es richtig interessant. Ich muss gestehen, ich habe es nicht erkannt, aber jetzt, wo ich es weiß, sehe ich es in der Uhr und kann sehr gut nachvollziehen, wie diese Idee auf der Uhr umgesetzt ist. Jetzt schauen wir aber erst einmal, was bei dieser Kooperation rausgekommen ist. Es handelt sich um eine typische Schorokoff, das habe ich schon gesagt, aber es ist auch eine Uhr, die ein klein wenig aus dem Rahmen fällt, wie ihr schon auf den ersten Blick sehen könnt. Das ist keine Spielerei von Florian. Übrigens nochmal, Florian, danke, dass ich deine Bilder hier verwenden darf, denn ich hatte die Uhr nicht selber auf dem Tisch, sondern die zweifarbigen Bänder werden so standardmäßig ausgeliefert. Das ist also in der Tat so gewollt und durchbricht ein klein bisschen den üblichen Ansatz von Schorokoff, wo die Bänder, so wie man es gewohnt ist, eigentlich immer einfarbig sind. Das Ziffernblatt ist auch etwas Besonderes. Die Elemente, die Darstellung ist tatsächlich erst von Hand vorgezeichnet worden und das auch in Kooperation zwischen Alexander Schorokoff und Florian, beziehungsweise Florian hatte da auch ein bisschen Hilfe dabei, aber so ist dieses Design zustande gekommen, also auch keine vorgefertigten Elemente, sondern wirklich handerschaffen und auch entsprechend umgesetzt. Den Boden, den ich euch aber später noch genauer zeigen werde, finde ich auch sehr ansprechend ungewöhnlich. Ich meine, ich hätte ihn in der Art bei Schorokoff schon mal gesehen, aber da will ich mich nicht festlegen. Tatsache ist aber, dass dieser Boden für mich was Besonderes darstellt. Die Uhr kostet 3890 Euro an dem zweifarbigen Lederband, ist auf 10 Stück limitiert und 7 davon sind zum Zeitpunkt, an dem ich das Video aufnehme, noch frei. Das heißt, wer diese Uhr mag, wer sie schön findet, wer Interesse hat, hat noch die Chance eine zu bekommen, sollte aber vielleicht auch nicht ewig warten. Angetrieben wird die Uhr von einem ETA 2892. Die Schwungmasse ist handgraviert und sie hat einen Durchmesser von 41 x 41 mm. Sie ist bis 3 ATM wasserdicht, das ist einer der ganz wenigen Kritikpunkte, die ich habe. 3 ATM ist aus meiner Sicht echt nicht mehr so richtig zeitgemäß. 5, vielleicht sogar 10, wenn es irgendwie machbar ist, aber 3, so schön die Uhr ist und so toll sie aussieht, aber 3 finde ich echt ein bisschen wenig. Aber ich weiß, dass viele, die die Uhren mögen und das Design mögen, das überhaupt nicht abschreckt, weil sie die Uhr sowieso niemals in einer Situation tragen würden, wo Wasser auch nur in der Nähe ist. Stunden- und Minutenzeiger sind rosévergoldet, der Sekundenzeiger ist blau lackiert, der untere Teil des Ziffernblattes ist handgioschiert und auf dem Blatt selber in der Mitte sind Emaierblicken drauf. Also echt ziemlich aufwendig gemacht, das Ganze. Das finde ich wirklich sehr schön. Ich hatte gesagt, ich sage noch was zum Boden. Hier können wir den Boden nochmal etwas ausführlicher sehen mit insgesamt 4 Sichtfenstern, die immer nur einen Teileinblick in das Werk geben. Finde ich super reizvoll und lässt auch ausreichend Platz, um auf dem Boden entsprechende Gravuren anzubringen. Das finde ich sehr, sehr reizvoll. Finde ich wirklich gut. Die Bandanstöße sind 22 Millimeter und die Uhr ist nur 9 Millimeter hoch und, und das finde ich richtig, Entschuldigung, geil, die Farbakzente außen auf der Uhr einfach super. Am Handgelenk macht sie auch eine gute Figur, wie man hier nochmal sehen kann, wirklich toll gemacht und die umlaufenden bunten Streifen finde ich super. Alexander Schorukow kommt aus Alzenau und in Alzenau gibt es hoffentlich demnächst 10 Bäume mehr, denn für jede verkaufte Uhr wird ein Baum gepflanzt und das Ganze wird auch entsprechend über ein beigefügtes Zertifikat dokumentiert und in diesem Zertifikat, auf dem zweiten Teil, ist dann auch klar, dass die Uhr aus der Kooperation zwischen Alexander Schorukow und und Flomp 8-9 entstanden ist, denn auf der Uhr selber sieht man das nicht. Persönlich finde ich das ganz gut, denn Alexander Schorukow hat ein sehr, sehr spezielles Design und hat auch genau Liebhaber für dieses Design und um jene nicht zu ver- oder abzuschrecken oder zu erschrecken, bleibt Flomp 8-9 auf der Uhr nicht verewigt, aber es wird dokumentiert, dass er am Entstehungsprozess der Uhr entsprechend beteiligt war. Eine Frage ist noch offen geblieben. Was halte ich davon, dass Flo die Uhr gemacht hat beziehungsweise die Frage, muss jetzt jeder YouTuber, jeder Creator seine eigene Uhr machen? Ganz klare Antwort, nein, muss er nicht. Flo hätte seine vorherigen Uhren nicht machen müssen, hätte diese nicht machen müssen, ich hätte mit Zirkula die Uhr nicht machen müssen, aber, großgeschrieben, unterstrichen, Doppelpunkt, wir als YouTuber Creator sind oft sehr nah an unserer Community, reden oft mit ihnen, schreiben viel, sind auf Messen, sprechen über die Marken hinweg mit anderen Marken, holen das Feedback ein, lesen die Kommentare, kommentieren die Kommentare, wissen also relativ gut, was unsere Zuschauer sich wünschen, was sie tolerieren würden und was gegebenenfalls auch gar nicht geht. Insofern denke ich, dass wir sehr wertvollen Input geben können, wenn es um die Umsetzung eines einzelnen Modelles gibt. Ich fühle mich komplett inkompetent, eine ganze Marke zu führen und das ganze Geschäft drumherum, aber ich fühle mich doch kompetent genug, bei einem einzelnen Modell bestimmten Input zu geben, wie dieses Modell aussehen könnte und was ankommt, was meine Zuschauer mögen würden und was nicht. Insofern ein klares Ja. Selbstverständlich können YouTuber und Creator mit Kooperationen Uhren erschaffen, die dann auch bei ihrer jeweiligen Community gut ankommen. Es ist also kein Muss, es muss auch nicht jeder kaufen, es muss auch nicht jedem gefallen, aber ich denke, dass hier durchaus etwas Wertvolles entstehen kann und auch die Marken etwas mitnehmen, wenn sie entsprechendes Feedback bekommen. Das ist meine Meinung dazu, ihr könnt das super gerne anders sehen, schreibt mir das gerne in die Kommentare und falls noch nicht geschehen und ihr mehr solcher Gedankenaustausche haben möchtet, dann abonniert auch gerne meinen Kanal, dann verpasst ihr kein Video und werdet in Zukunft immer informiert, wenn es von mir was Neues gibt. In diesem Sinne, bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren und freut euch auf meine nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.